Eigentlich war schon nach wenigen Folgen der zweiten Staffel von Make Love, Fake Love klar, dass das Finale einen dramatischen Höhepunkt darstellen wird, doch dass die letzte Folge eine der krassesten Reality-TV-Wenden der vergangenen Jahre bereithalten würde, war viele. In Folge 12 musste sich Antonia am Ende zwischen Sender, Marcel und Nico entscheiden, so weit, so erwartbar. Doch womit die Zuschauer, innen wahrscheinlich nicht gerechnet hätten, schon vor der Entscheidung erfährt Antonia, dass Sender vergeht. Als die 24-Jährige ihren Favoriten noch einmal mit ihren Zweifeln konfrontiert und ihn dazu auffordert, zu schwören, dass er seine Freundin nicht mehr liebt, tut er das, und lässt damit die Bombe. Als Antonia in Tränen ausbricht, versucht Sender sich zu erklären, doch so richtig kann er sein Verhalten nicht erklären. Während es nach dem Geständnis in der Finalfolge so aussieht, als ob sich Antonia von Sender abwenden wird, fällt die Kölnerin am Ende eine ziemlich überraschende Entscheidung, auch wenn der Münchner eigentlich mit Lisa zusammen ist. Eine Wahl, die auf viel Gegenwind stoßen wird. Das ist sich auch Antonia bewusst. Es war die richtige Entscheidung. Klar, kann jetzt vielleicht nicht jeder nachvollziehen, aber das ist mir eigentlich auch völlig egal. Ich habe auf mein Herz gehört und das ist das Wichtigste, so die Influge. Doch hat die Beziehung von Antonia und Sender wirklich eine Zukunft? Während die 24-Jährige ihrem Auserwählten im Finale sogar gesagt hat, dass sie sich in ihn verliebt hat, hielt sich der Münchner mit Liebesbekundungen zurück. Hinzu kommt, dass die Bedingungen, unter denen sich die beiden nun weiter kennenlernen, ziemlich ungünstig sind. Schließlich hat Sender nicht nur Antonia, sondern auch Sender. Es bleibt also abzuwarten, wann und wie sich die drei nach dem Finale äußern werden, welches immerhin rund ein halbes Jahr zurückliegt. Kürzlich hatte Antonia Hemmer in ihrer Instagram-Story mysteriöse Andeutungen gemacht und unter anderem erklärt, dass sie das Versteckspiel durch ihre Beziehung mit Patrick nach Bauer sucht Frau kenne. Ein Indiz dafür, dass ich sage euch, egal, wie das Ganze für mich ausgeht, es war auf jeden Fall nicht leicht, die letzten Monate, so der TV-Star. Bleibt abzuwarten, ob es nach der bitteren Trennung von Patrick endlich besser gelaufen ist für die Influge.